Hat euch jemand zusammen gesehen? Du hast sie vorher nicht gekannt. Hast du mit jemandem darüber gesprochen? Hast du danach überhaupt mit jemandem gesprochen am Wochenende? Meinst du, er hat was gemerkt? Du hast nichts gesagt? Trotz, trotz dem alten Traum Trotz dem alten Traum Trotz dem alten Traum Trotz, trotz dem Todesraum Trotz dem Todesraum Trotz dem Todesraum Untertitelung des ZDF, 2020